Hallo liebe Freunde der Seichenunterhaltung, herzlich willkommen zurück zu Tiny Toon Adventures. Ein bisschen was abpuste, war ja gerade viel unterwegs gewesen. Egal! So, wir sind jetzt mal mit Hemden unterwegs. Den habe ich euch noch nicht gezeigt. Mit seinem Melönchen. Der kann so rollen, seht ihr ja? Boing! Und gut, dass ich das jetzt schon gemacht habe, weil sonst wären hier ein paar Steiche runtergekommen. Aua, das war sehr dumm. Egal. La la la, la 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 la. So, Boing, Flip. Einmal hier hoch. Mal gucken, was haben wir denn hier so? Schönes! Wow! Ach ja, hier waren Bienen. Aaaaaah! Aaaaaah! Ähm. Ja. So, viel dazu. Einmal hier runter. Na 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 na. Melönchen! So. Na 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 na. Aaaaaah! Die Steuerung! Die Steuerung! Zu empfindlich. Egal. La 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 la! Und ihr seht, wenn man stirbt, verliert man die Hälfte seiner Kristalle, die man eingesammelt hat. Dann ist viel ärgerlicher. Hm. Egal. So. Nicht zu weit laufen. Ich muss ihn sehen. Boing! Nein! Okay. Ihr seht jetzt trotzdem, wie sie runterfallen, diese Steinchen. Das ist ja auch mal gesehen. So. Na 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 na. So. Oh oh. Boing. Ah! Verdammt. Er hat mich wieder erwischt. Na 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 na. Okay. Beaten! Quit living on dreams. So. Nö. Ich möchte nicht Montana Mesh spielen, bitte. Hier komme ich nicht weiter, also muss ich oben lang. Mhm. Sehr nett. Ich wette, da kommt jetzt gleich wieder ein böser Vogel. Oder auch nicht. La 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 la. Baumstamm? Nase! Boing! Hahaha! Gnatzt! La 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 la. Oh. Na 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 na. Willkommen im verfluchten Wald von Eggby Acres hier. Und da trinken die Kinder bestimmt auch mal kein Bier. So. Äh, ja. Nö. Na 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 na. So. Ähm, ja. Ich möchte eigentlich da hoch. La la la. La 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 la. Äh. Toll. Dummheit. Aber trotzdem, die Melodie wieder. Na 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 na. Herrlich. Ich bin meine ganzen Kristalle los. Oh. Boing Yeah, Superhemden Bäm, bäm Yeah Na, 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 na Was haben wir denn hier? Oh, hi So Ah, ich erinnere mich Hier ist nämlich wieder was versteckt Hey, Picard And a good heart these days is hard to find Warum bekomme ich jetzt noch so ein Lied? Egal Na, 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 na Ich möchte ja nicht so ein Stimmungskiller sein Wie manch andere in ihren Projekten So, was haben wir hier? Ah, hi Mein Name ist Fifi Ich bin gefangen worden vom Waldgeist Finde diesen Knopf im Wald Wenn du diesen Knopf drückst Und das richtig Wird es mir in der Lage sein, hier rauszukommen Wenn du mich befreist, kann ich dir helfen Bitte hilf mir Okay Machen wir Diesen Knopf können wir jetzt noch nicht drücken Weil wir müssen ihn woanders finden Der ist noch woanders versteckt Damit wir Fifi hier rauskriegen Le Skunk Oder Laskunk So Einmal raus Na, 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 na Nicht Fifi Nicht Fifi, sondern Fifi Und schnell Ey, du da Im Radio So War da nicht noch einer? Wollte schon sagen Hallo Hoch da Nein Jetzt Gut Hep Bitte hilf mir Okay Ich mach Und Boing Yes Danke dir Ich werde dir helfen Okay Du wirst mir helfen Perfekt Dann wir schaffen Diese Stelle In den Schlaf So Oh oh Ich wurde von dir vorher gefangen Aber jetzt Werde ich Mich Werde ich Werde ich Werd ich dir einzahlen Und Stinky Attacke Tja, da kannst du nicht mehr Kleiner Baum, wa? Da gibst du klein bei Hehe Hüpfe Hüpfe Werdel Werdel Großartig Yeah Sehr gut Fifi Hast du gut gemacht Babs ist weiter Hervorgegangen Viel Glück Danke Hampton kneift immer die Augen zu Wenn er runter springt Ist euch das mal aufgefallen? Böse Stäbe Muss da rüber Muss einmal da rein Sag ich doch Hier ist was für mich versteckt Mich versteckt Mich versteckt Hier ist was für mich versteckt Den alten Onkel Rabe Jawoll Oh ja herrlich So Okay Das war clever Oben bleiben So Warten Autsch Warten Läpf Wunderbar Easy going Easy going Kleiner Ich krieg Ich mach nur mit einem Knopf Ich mach nur mit einem Knopf hieß mal Mal gucken Perfekt Perfekt In the little deeper In the little beeper Den schaffen wir Komm Hampton Zeig mal Dass auch ein Schwein rennen kann Geh alles Love 100 Hampton Boah Fuck Das wird knapp Nein 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 Verdammt Ich bin vom Knopf abgerutscht Aha Egal Ja Egal Reicht Acht Leben Sieben Leben Reichen Egal jetzt So Da 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 Na Oh 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 Ich weiß jetzt was hier Jetzt kommt der helmlose Ritter Hey Ein weiterer Besucher und ich wurde nicht darüber informiert Ich wurde hier für 100 Jahre eingesperrt weil ein Zauberspruch auf mich ein Fluch auf mich gesprochen wurde Ich habe ein Häschen vorher gehen lassen Aber ich werde es nicht noch mal tun Hä? Oh nein Hilfe Hälbchen Autsch, das war dumm Ich muss mich da ein bisschen cleverer anstellen demnächst So, jetzt heißt es ducken Weil dann passiert mir nix Jetzt sind nämlich die Beinchen dran Ich hab damals immer gedacht, was soll das darstellen Schieß deine Harpune Yes, wieder Zweitverfahrer Geschafft, wow So Hemden macht auch Liegestütze Sehr gut Easy in da Komm her Und wieder versteckt Liegestütze, Liegestütze Hey Hey Liegestütze, Liegestütze Hey Hey So Okay Alles easy going Wow 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 Was machst du Junge Geh Nein Das war dumm Das war wieder dumm Ich stelle Ich stelle mich gerade Ich stelle mich gerade verdammt dumm an Verdammt dumm Liegestütze 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 Wow Blöde Steuerung So, zweimal getroffen Geht doch Jetzt machen wir wieder Easy in da Wir stecken uns vor diesem Ritter So Bring Bring Easy going Wo kommst du jetzt runter, Ritter? Boing Boing Haha Easy going Yes Oh nein Ich wurde wieder besiegt Ja, wurdest du Von einem Schwein Hoin Oh 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 wow Oh wow Meine Schauspielertage sind endlich angetroffen Wenn Montana das Theater bekommt, wird er schließen Ohne Theater wäre all mein schauspielerisches Talent umsonst Bitte hört ihr Bitte haltet ihn auf Bitte stopp ihn, bevor er das Theater kauft Ich weiß nicht, wo Shirley ist Aber sie kann helfen, wenn ihr sie finden könnt Shirleys spezielle Talente werden euch eine große Hilfe sein Montana Schlossel ist weit weg Wenn ihr durch den Wald geht, werdet ihr Calamity, den Erfinder, treffen Er möchte Er wird euch eine seiner Erfinderungen nutzen lassen Hahaha Das Theater wird mir gehören Sobald ich es kaufe, werde ich das Theater abschließen Dann werde ich meine eigene Firma bauen Ich bin so reich, dass ich euch um jene Kosten besiegen möchte Ich werde euch noch einmal sagen Das Theater gehört mir Okay. Ihm gehört also das Theater. Nett. Ja, liebe Freunde. Ob wir Babs retten können, das finden wir im nächsten Teil raus. Ja, Tiny Tooth Adventures. Bis dahin, Sparte Ravenheiten immer mehr.